hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit mir den kabin den buddelmeister ja wir müssen eigentlich will ich ja noch mal in die stadt weil wir brauchen bücher ich will kicken ob ich einen bücherladen finde weil ich wollte ja eigentlich hier einen elektrozaunram ballern bringt nichts wenn ich das buch dazu nicht habe das problem ist wir haben jetzt 17 uhr und 17 uhr stadt und so ernst schlecht ich kann mir vorstellen dass da dann irgendwie zombies rumrennen die was dagegen hätten und muss ja nicht sind also wäre vielleicht mal die beste wat jans ruhe zu tun habe ich mir so gedacht ach übrigens ich habe hier verurscht wie ihr seht ist auf stahl aufgewertet das sieht aus wie ihr wollt ist aber nicht ich wollte einfach bloß ein paar kratzer ausbessern und habe vergessen dass ich den stahl schon in der tasche hatte naja jetzt ist es sicher also erst mal so ich brauche eine schippe die müsste die sind jetzt alle schon hier drin in der ausmisskiste hier ist das ganze werkzeug drin alter ist krass ich sage euch aber irgendwann werde ich hier aufräumen irgendwann das glaubt keine Sau das glaubt doch keine Sau äh so die schippe lasse ich drinne die kommt mit das nehme ich mit so ich bin sehr vorbereitet ich habe nämlich honig eingesteckt und water also quasi wenn nacht ist werde ich natürlich äh das so schneiden dass sie weg ist dann ist einfach mal weg die nacht und wir gehen dann in die stadt und versuchen eine bibliothek zu finden das wäre vielleicht ja nicht mal das schlechteste und da unsere stadt so schön groß ist stehen die chancen eigentlich ja nicht so schlecht so das hört sich jetzt schlimmer an als das ist hier diese ecke hier weg zu tragen aber die ratzfatz hier das so 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 und da bin ich auch will er ich habe ich habe mir jetzt gerade entschlossen ich habe doch rausgekattet das ist doch ein bisschen zufälle gewesen ich habe aber auch noch nie alles geschafft irgendwann ist dann doch nacht eingebrochen und ich stand in dunkeln da und ich hatte angst alleine und ich habe mir gedacht gut das ist mir immer noch zu viele zeug wartigen inventar habe denn ich will zu fuß was heißt eigentlich ich will ich muss weil ich habe nämlich gar kein benzin benzin ich habe kein benzin obwohl die akarscheiß drauf die brauche ich da ja nicht mitnehmen die oder die magnum ich nehme die magnum bilder mit und warum schmeiße ich da die munition drin ist doch völliger blödsinn ist das jetzt alles was von magnum übrig geblieben ist holladivite also ich habe so in die dächtnisse gehabt dass ich mal 500 schuss oder so hatte oder ich habe mir das eingebildet kann natürlich auch sinn nee ich wollte sie machen oh stimmt da war was naja auf das nächste so sag mal ich hatte doch eigentlich noch mal ein breast ein bisschen aufgesammelt gehabt letztes Mal genau hier haben wir noch ein paar hülsen das ist schon mal gut naja viele ist nicht wie gesagt muss mir dran echt gewöhnen dass ich wirklich da ist eine heizung ab damit so müsste es eigentlich laufen eigentlich tut es aber nicht so schnell noch eine tablette da schmeißen und es ist nämlich wie ich vermutet habe die erd auf den kopie fallen und nicht gerade wenig so aber ich hatte will ja keine schreitose ich verstehe das nicht ich mache hier Radau weil buddeln und kloppen ist nicht gerade leise und das einstürzen auch nicht und wie gesagt ich habe jetzt hier diesen okay das bisher hätte ich auch noch in der Nacht wegknadern können Fülle ist nicht wann üblich geblieben ist aber trotzdem ich hatte keinen Besuch gehabt also ich glaube die mag mich nicht mehr ich glaube dies eine schnappweise ständig platt gemacht wird das ist ein Krawanzmann was hier fehlt und wenn ich überlege auf der anderen Seite muss ich das selber nochmal machen aber das ist ein bisschen weniger Erde und hier das muss ich ja dann wie gesagt auch noch weg machen und das dann später ausgleichen da wird noch schön Arbeit auf mich warten aber das werde ich dann offline machen ich werde dann immer bloß ab und zu mal eh eine Folie machen hier baumäßig dass er sehen tut hier äh was macht denn der überhaupt ne brauch ich ja hier rumballern und äh naja dumm labern was tut der eigentlich ich baue oder beziehungsweise ich versuche so äh so äh da braue ich nicht warum mache ich das eigentlich nicht weg da wird nie wieder was respawn also solange wir hier wohnen wird dann schon mehr respawn genauso wie das hier weil wir da ständig daran vorbeilaufen das ist ja schlussig und schon wird das Inventar vollgemüht so wie ihr sagt äh rein theoretisch suchen wir jetzt ein Bücherladen sowas darf ich das letzte Mal hatten ich bin aber auch nicht abgeneigt woanders hinzugehen äh so alt bei den alten das ist äh Kabinensystem grenzenlos jo ich hoffe dass ich für wenigstens ein oder zwei Bücher also wir müssen auf jeden Fall also wäre ein Traum wenn wir Elektrik finden würden also das Buch hier für Elektrozaun was brauchen wir denn überhaupt also wir brauchen eigentlich alle wenn ich hier kicke büchermäßig könnte besser aussehen wa aber auch schlechter naja wir kriegen das schon hin da mach ich mir ja kein gut so warte mal ich muss mich mal hier richtig hinsetzen ich kicke ich kicke jede Mal will er hin denn du musst weg du musst auch weg sag mal ich krieg irgendwann wenn ich das abbaue ja auch Papier ich krieg Papier und rein die ist bestimmt ein Appelbaum der will ein Appel haben eigentlich wollte ich ja auch mal ins Hotel rin aber ich weiß was mich da oben erwartet oder beziehungsweise zwischendurch Hey, bleib doch mal stehen. Ey, das hat doch sonst auch immer so geklappt. Ich glaube, ich muss wirklich mal skillen. Der macht zwar jede Menge Bums, bringt aber eine Schwemme, die wir nicht geskilled haben. Ich hab schon wieder... Das ist Wahnsinn. Die Mächte des Wahnsinns. Das sag ich euch. Sag mal, warum müssen die... Müsste doch eigentlich noch enswig fest haben. Warum wird nicht angezeigt? Bärenhunger. Ich muss Bären töten. Wenn ich welche finde. Also, einen haben wir ja schon mal. So. Welche Seite ist jetzt interessanter für uns? Also da oder da? Ich glaube, das spielt kein Waldzimmer. Rein theoretisch müssten wir große, schöne Häuser haben, weil da sind immer Bibliotheken oder sonst irgendwas drinne. Rein theoretisch. Also, so stelle ich mir das vor. Das ist ein Krabanzmann. War der Stein schon letztes Mal da? Ich wies es nicht. Die könnten mal hier ihr Müll wegräumen. Irgendwann läuft die in der Langung und stolpert drüber. Waren wir hier schon drin? Das ist eine sehr gute Frage, Krabin. Woher sollen wir das wissen? Hm. Wenn hier Müll noch nicht gelootet ist, ist Zitter sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Hallo. Gut. Hier ist Kenia Heima Eingang oder so. Das heißt, alte Art und Weise. Und zwar nämlich die Ühe andrücken. Ich habe nämlich schon vergessen, weil er die Uhr zu aktivieren. Ach, das ist ein Traum. Gut. Oh, Alter. Ich war gerade so in Trance gewesen. Ich habe da eben ein kleines Schreckli gekriegt. Hey. Hallo. Der hat das kaputt gemacht. Ich warte. Hallo. Oh, Alter. Das dauert. Das sind schon zwei Leute, Alter. Was macht ihr da? Gebt euch doch mal Mühe. Mann. Entschuldigung. Wartet mal kurz. Ich muss mal hier nachladen. Ich habe neue Sachen. Wartet. Oh, Mann. Zombies. Die hören einfach nicht. Ich verstehe das nicht. So. So. Bzzz. Gut. Was haben wir hier? Wir haben hier... Oh. Ich wollte gerade sagen, nichts. Aber es stimmt nicht ganz. Und das ist mir... ho. So. Na ja. Schon mal ein bisschen Munition. So. Da ist nichts. Das haben wir. Das auch. Und das kommt mit. Achtung, Leute. Weghören. Ich brauche das. Aha. 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 So. Da ist nichts. Nee. 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 Ist nichts. Das hat sich doch schon gelohnt. So. Wir können... Wir können jetzt da. Und wir können jetzt da. Kann er hier? Kann er da? Ich gehe erst mal hierin, ne? Mhm. Das ist ja auch krass. Ich glaube, ich habe da welche Wache gemacht. Ach. Teamcheck hier. Macht die Bähne zusammen. Es riecht. Gut. Ich gehe doch erst mal hierin. Hallo. Immer da. Ich guck. So. Da ist die erste Heizung. Ups. Tut mir aber leid. Die ist jetzt weg. Das Wasser. Das ist schon mal gut. Ich habe es zwar mit bei, aber irgendwie heiket die für, dass ich vielleicht ein, zwei Tabletten nehmen müsste. Irgendwann. Und da kommt mir dort das Wasser genau rechtzeitig. Äh, richtig. Richtig. Das ist ja. Ja, auf Klo essen. Warum nicht? Bei Dekkehaft ist Mensch. Erst mal alt mitnehmen. Ja, das kennen wir schon. Wir sind nicht anders gewohnt. So, warte mal. Das mache ich mal alt klein. Ich kann noch rein theoretisch. Was heißt theoretisch? Ich mache das auch. So. Dann ist die Farbe benutzt und die Farbe ist raus. los. Uh. Na. Klappe zu. Affe tot. Ich habe ein wenig Futter. Futter. Ratatatata. Ratatatata. Hm? Robbe die Robbe. Ich glaube, der ist tot. Boah, ich habe gerade was zu hier sehen gehabt, was nicht da ist. Hört sich komisch an. Ist komisch. Ist aber so. Ey, Tabletten. So. Freundin. Oh, Alter. Viele zu viele Raum. Gut, äh. Das ist denn da drüber. Da ist auch noch was. Und von hier kommen wir. Hallo. Eben am Block rum. So, Dekke. Lohn wir uns mal schnell. Ist ja keiner da, der das mitkriegt. So. Hat keiner was gesehen. Ich hasse dit. Höhöhöh. Höhöhöh. Na jo. Ich habe es versucht. Äh. Tö, 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 tö. Ein Täschchen. Mit Munition. Für ne AK. Mensch, hätte ich jetzt die AK mit bei Mann. Junge, Junge, nee. Sag mal, ist das nicht hier oben besser? Da ist doch ein Draht. Hier nicht. Hallo. Gut. Ob das so gut ist? Ha! Ihr kleinen, fiesen... Irgendwat. Ihr habt gedacht, ich spring da jetzt drin, wa? So, das ist bestimmt jetzt ja ganz gut. Wartet mal, ich werde die mal... Ist zwar noch nicht nötig, aber ich werde die trotzdem reparieren. Und da ich weiß, ich bin ziemlich sprunghaft. So kann ich immer, will er abhauen. Achso, das ist ein Sch... Hä? Was liegt denn da? Hä? Was ist denn bitte? Hm. Ich habe schon gedacht, irgendein neues Vieh. Hey. Nächster für den Bogen. Vielleicht schaffen wir ja doch irgendwann mal besser zu zielen. Äh, ich habe da eben noch ein Rezept gesehen. Da. Jucka. So, und die nehme ich auch mit. Das hat keiner mitgekriegt. Ist alles in Ordnung? Hey, Manni, tu. Der Senkel, Tresor oder sowas in der Art. So. Äh. Ach, da hinten geht es... Oh. Äh. 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 Hm. Hä? So, das nehme ich mit. Schneller und besser kommen wir an die Anholz ran. So. Jut, das haben wir auch. Da muss ich wohl mit dir weit ran. Ballermann ist hier zückt. Ist hier entzückend. Haha. So. Nochmal eine Runde. Eine extra Runde. Hey. So. Da dürft ihr nach draußen gehen. Wir müssen aber nach oben. So. Aha. Haha. Haha. So. Jetzt können wir spielen. So, wo ist die Schwarze? Da. Da ist die Schwarze. Die muss ins Eck hier. Das ist nicht eckig. Die Löcher sind rund. Äh. Warte mal. Mit. Warum erschreckt mich eigentlich immer noch darüber? Äh. Da. Rum. Zu. Weg. Von. Welche Tür ist denn, bitte? Ach, die. Ist das so clever, dir zu helfen? Ich weiß es nicht. Ich packe mal den Ballermann aus. Das sieht nämlich ganz nach Feral aus. Na ja. Was soll passieren? Da war sie weg, die Rübe. Quasi eine Rübezahl. Haha. Ich fand es gut. Gut. Okay. Titter weg. Könnte ein Tresor sein. Könnte ein Tresor sein. So. Nachladen. Nachladen. Warum ist hier bloß fünf Schuss? Jut. Hätte reagiert bis jetzt. Oder hätte schon reagiert. Mhm. Sag mal. Das ist doch völlig auffällig. Aber da kann es hinter sein. Trotzdem. Die haben schön auffällig. Guck mal, wer da draußen kommt. Wir kriegen Besuch. Naja. Denn so hinse. Nein. Ich werde die nicht anziehen. So. Picklocks. Das ist aber bestimmt ein Geiermeier. Hallo. Wir sind doch hier. Ey, wir wären so ja hier reingekommen. Ich kümmere mich erstmal um die. Das ist für uns besser. Wenn die im Haus drin sind. Auf engen Raum. Das ist kacke. Das seid doch mit mir einer Meinung, oder? Und wir können das so üben. Und die hat sich immer noch nicht die Nase geputzt. Ich werde wahnsinnig. Hey, hey. Bleib weg. Alter, hat die eilig. Immer in den Kopf. Ich versuch es. Alter, jetzt reicht es. Das war doch mitten... Okay, ich versuch den anzuvisieren und den hinteren treffig. Ey, das ist doch Blödsinn. Das habt ihr doch jetzt gerade selbst gesehen, oder? Rück mir nicht auf die Pelle. Ich habe gedacht, du bist tot, Mensch. Das war jetzt gerade Blödsinn. So, jetzt kann ich vielleicht hier komplett von vorne anfangen. Nee, ich kann hier hoch. Ich kann hier hoch. Dann kann ich hier. Kann er hier. Kann er da. Na komm, so fett bist du doch auch nicht. Wir hätten uns den ganzen Weg sparen können, ne? Hahaha. Äh, das finde ich überhaupt nie witzig. So. Hä? Kein Geiermeyer hier oben? Dit ist aber komisch. Ich warte nicht. Ich gebe zu, dit war ein Angstschuss. Angstschüsse. Ich habe gedacht, der explodiert jetzt vor uns in der Hase. Scheiß auf die Munition. Ik lebe no. So. Jut, dit ist natürlich richtig geil, wenn ik jetzt hier rinspringe. Wat soll passieren? Hä? Hier ist so ein Raum, hier ist nischt drinne? Wat is denn dit? Für ne Verarschung. Ik muss nachladen. Warte mal kurz, bitte. Danke. Jut, da ist wat versteckt. Alter, weiter. Warte mal, ist dit nicht hier? Aber sowas von. Warte mal. Dit sind 1000, dit sind... 2000, ne? 2000 und 2000. Ja, bringt nischt. Hab ik wat zum Futter mit bei? Natürlich. Ein bisserl Energy. So. Wow. Wow. Den jansen Stress für ditte, oder wat? Ik kacke im Kreis. Ik meine hui. Hiiii, super. Juhu. Das soll genau dat wat wir gesucht haben. Also, wenn jetzt denn nicht noch irgendwas kommen tut, äh, denn... Bin die ungehalten. Habe ik da oben irgendwas übersehen? Dat kan ik sein. Ik überseh doch nischt. Nischt entgeht meinen Adler Augen. Hä? So. Ach, wat soll's? Warum denn? Die Zombies reagieren doch bloß auf Lautstärke. Wat soll denn passieren? Und auf Licht. Mensch, da kan ik doch gleich hier ne Sirene um den Hals binden. Hier so. Wee, wee, oh. Und hier rin. Oh. Du tot. Du tot, weil du geschlafen hast. Und hast es noch nicht mal mitgekriegt. Hä? Bücher. Und mein Magenknot. Dit is schön. Jaja, ist doch gut. Jut. Ein paar Bücher haben wir gekriegt. Also, ein voller Scharreihenfall war das nicht. Aber ein Gewinn war das bis jetzt auch nicht. Äh. Gut. Ich wollte ja eh was essen. Jetzt is aber gut. Mein Magen fängt schon wieder an zu übertreiben. Jut. Kann ik nicht machen, weil es ist schon aktiviert. Oder wurde schon gemacht. Jut. Dit kan ja bloß. Ein Schnee-Zombie sein. Mhm. Jut. Vitamine, Vitamine sind immer Jut. Ein Pokal. Blei, Blei. Der hat ja da unten noch ein bisschen zu tun, ne? So. Stirb. Beziehungsweise, bleib tot. Warum hat der dit nicht gehört? Ik schieß hier mit nem Magnum. Dit interessiert den ja nicht. Hä? Wo wird der denn jetzt hin? Ich war mir nicht so sicher. So. Da ist was drinne. War richtig clever von mir. Ach, das ist der Schnee-Zombie. Der ist oben angekommen. Ich lasse ihn seine Zeit. Äh. Ein bisschen ist er ja noch beschäftigt, ne? Hallo, nun mach doch mal. Der ist aber richtig gut drauf, wa? Er hat's gleich geschafft. Ich hab abgewartet. Ihr habt das hier sehen. Also, nicht, dass ich hier, ne? So, da ist eine Heizung. Die nehmen wir uns natürlich oben mit. Alter, ich kann nie wahrsehen. Äh. Jo. Jo. Jo, Baby, jo, Baby, jo. Äh. Äh. Da fährt doch ja nie auf hier. Das ist so. Ich hab hier halt weggeschmissen. Ich muss mir übergeben. Mir ist schlecht. So, warte mal. Was ist denn dahinter? Nichts. Immer noch nichts. Ich fühl mich ein bisschen verarscht. Also, doll ist bis jetzt nicht, wa? Ich find das ein bisschen mau. Bis jetzt. Na ja, ein bisschen Munition kriegen wir. Also, ganz umsonst. Ich bin zu fett. Ich komm hier nicht durch. Ich bin kein Mauerblümchen. Das sag ich schon jetzt. Äh. Boah, jetzt ist doch gut, Magen. Du kriegst schon irgendwann mal was. Irgendwann. Vor allen Dingen. Gut, warte mal. Wir müssen hier raus. Ich würd mal sagen, das war hier auch schon durch, wa? Also, Phil dürfte hier nicht mehr sein. Genau. Wir sind hier durch. Boah, nee, doch nicht. Hallo. Kommst du raus? Schaffst du das? Oh, das sind so R2. Was haben die da drin gemacht? Die Ferkelze. Und das sind Zombies, Mädels. Äh, und Buben. Hey. Das heißt wohl, ich werd mir demnächst die Haxen brechen, oder so. Och, Mann. Ich wies doch ja nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Äh. Ich glaub, das ist vielleicht Zeit irgendwann nach Hause. Modition, Verschwendung. Ich wies, ich wies, ich wies. Ich, ich schäme mich rum. Alter, die ist gut. Die will ich. Okay. Und ich hab die andere kaputt gemacht. Ich hält. Naja, jetzt ist es zu spät. Alter, das ist doch noch gut. Geh doch mal die Tastatur an. Das ist ne... Kann ich nicht erkennen. Doch, grü... So. Nun gut. Ich glaub, jetzt ist da irgendwas... Ach, Leder. Achtung, jetzt geht's ihnen ans Leder. Warum halt die jetzt das Scrapped? Das bringt doch jetzt ja nichts mehr. Gut, ich würd mal sagen, das soll erstmal für heute reichen. Ich hab das Haus hier fertig. Ich werd jetzt noch die Hals umklauen. Und dann nirg nach Hause. Ich hab die Schnauze voll. Naja, okay. Ganz umsonst war halt nicht. Kannst du nicht sagen. Also, wir haben ja jetzt, äh... Zehn Kühler haben wir. Da kriegen wir schon ein bisschen Munition und ein paar Bücher haben wir auch gefunden. Also, ganz umsonst war halt nicht. Und ich hab heute so ja ein paar Mal getroffen. Also, Leute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht und so. Äh, wir sehen uns dann quasi morgen, wenn er... Äh, in alter Frische. Bis dann. Bye, bye. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020